Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Steuerstromkreis des AC-Kupplungsrelais Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt, ab 1996, dies kann Fahrzeuge von GM, Chrysler, Chevrolet, Dodge, Jeep, Cadillac, Ford, Ram und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren Der OBDI-Fehlercode P0645 ist dem Steuerstromkreis des Kupplungsrelais der Klimaanlage AC Zugeordnet, wenn das Antriebsstrangsteuermodul PCM oder eines der anderen unterstützenden Steuermodule falsche Signale im Steuerstromkreis des AC-Kupplungsrelais erkannt hat, wird der Code P0645 gesetzt Abhängig vom Fahrzeug und der spezifischen Fehlfunktion kann dieser Code bis zu 8 mal eingestellt werden, bevor die Kontrollleuchte des Motors aufleuchtet Der Steuerkreis des AC-Kupplungsrelais dient zur Steuerung des Betriebs der Klimaanlage Dies wird erreicht, indem die AC-Kupplung mit Strom versorgt wird, um den AC-Kompressor einzuschalten Diese Schaltung kann je nach Fahrzeug sehr komplex sein und mehrere Steuermodule umfassen Der Code P0645 wird vom PCM eingestellt, wenn eine allgemeine Fehlfunktion im Steuerkreis des Klimaanlagenrelais festgestellt wird Was ist der Schweregrad dieses DTC? Der Schweregrad dieses Codes kann von einer beleuchteten Kontrollleuchte für den Motor, bei der die Klimaanlage einwandfrei funktioniert, bis hin zu einem schlechten oder gar keinen Betrieb variieren Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P0645-Fehlercodes können gehören Klimaanlage funktioniert schlecht Klimaanlage funktioniert überhaupt nicht Überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen P0645-Code können sein AC-Kupplungsrelais defekt AC-Kupplung defekt Erdungsband des Steuermoduls Gebrochen Steuermodul defekt Durchgebrannte Sicherung oder Sicherungsverbindung Falls zutreffend Korrodierter oder beschädigter Stecker Klimaanlage mit niedriger oder übermäßiger Wartung Fehlerhafte oder beschädigte Verkabelung Fehlerhafter AC-Kompressor PCM fehlerhaft Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0645? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin Die Technical Service Buildings TSBs für das jeweilige Fahrzeug nach Jahr, Modell und Kraftwerk zu recherchieren Unter bestimmten Umständen kann dies auf lange Sicht viel Zeit sparen, indem Sie in die richtige Richtung weisen Der zweite Schritt ist eine gründliche Sichtprüfung, um die zugehörige Verkabelung auf offensichtliche Mängel wie Schaben, Reiben, Blanke Drähte oder Brandflecken zu überprüfen Als nächstes überprüfen Sie die Anschlüsse und Verbindungen auf Sicherheit, Korrosion und beschädigte Stifte Dieser Prozess muss alle Kabelverbinder und Verbindungen zu Komponenten einschließlich Steuermodulen und Erdungsbändern umfassen Diese Schaltung kann sehr komplex sein und unter bestimmten Umständen mehrere Relais sicherungsfähige Verbindungen und Sicherungen enthalten Erweiterte Schritte Die fortgeschrittenen Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung, um genau zu funktionieren Diese Verfahren erfordern ein digitales Multimeter und die spezifischen technischen Referenzen für das Fahrzeug Die Spannungsanforderungen richten sich stark nach dem spezifischen Jahr und Modell des Fahrzeugs Spannungsprüfungen Der Spannungsprüfungsprozess für diese Schaltung erfordert Richtlinien zur Fehlerbehebung, die spezifisch und in der richtigen Reihenfolge sind Die optionale Ausstattung des betreffenden Fahrzeugs bestimmt die Anforderungen an die Fehlerbehebung Weitere Optionen und Geräte wirken sich auf die Anzahl der Steuermodule aus, die an der Fehlerbehebung beteiligt sind Bitte beziehen Sie sich auf die Liste der oben aufgeführten möglichen unterstützenden Steuermodule Wenn bei diesem Prozess das Fehlen einer Stromquelle oder Erdung festgestellt wird, ist möglicherweise eine Durchgangsprüfung erforderlich Um die Integrität der Verkabelung, der Steuermodule und anderer Komponenten zu überprüfen Möglicherweise müssen alle Erdungsbänder des Steuermoduls in diesen Prozess einbezogen werden Durchgangsprüfungen sollten immer mit Strom aus dem Stromkreis durchgeführt werden Und die normalen Messwerte für Verkabelung und Anschlüsse sollten 0 Ohm Widerstand betragen Sofern in den technischen Daten nichts anderes angegeben ist Widerstand oder kein Durchgang ist ein Hinweis auf eine fehlerhafte Verkabelung, die offen oder kurz geschlossen ist und repariert oder ersetzt werden muss Was sind einige häufige Reparaturen für diesen Code? AC Kupplungsrelais austauschen Durchgebrannte Sicherung oder sicherungsfähige Verbindung ersetzen Falls zutreffend Korrosion von Steckverbindern reinigen Klimaanlage evakuieren und aufladen Verkabelung reparieren oder austauschen Erdungsbänder reparieren oder austauschen Steuermodul austauschen AC Kupplung austauschen AC Kompressor austauschen Fläschen oder ersetzen von PCM Häufige Fehler können sein Der häufigste Fehler bei der Diagnose des P0645-Codes ist die Fehldiagnose der Symptome und Codes Dies liegt an der Komplexität, das Ersetzen von Klimaanlagenkomponenten Wenn beschädigte Kabel, Erdungsbänder oder andere Komponenten das Problem sind, ist bei diesem Code sehr häufig Hoffentlich waren die Informationen in diesem Artikel hilfreich, um sie in die richtige Richtung zu weisen und das Problem mit dem Fehlercode Ihres Steuerkreises für das AC Kupplungsrelais zu beheben Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und die spezifischen technischen Daten und Service-Buildtanks für Ihr Fahrzeug sollten immer Vorrang haben Die Informationen sind diejenigen, die zu verhindern, 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 die zu verhindern